Jägerin Jalin wird erfreut sein, zu hören, dass der Weg zur Sherwin-Feste jetzt frei ist. Bitte kehrt zur Sternenstaub-Spitze zurück und informiert sie über unseren Erfolg. Sie wird mit ziemlicher Sicherheit noch mehr Arbeit für euch haben, da der Weg jetzt frei ist. Vielen Dank und viel Glück, mein Freund. Wie darf ich helfen? Und jetzt werden wir uns wichtigen Dingen zu. Was ihr am Volltreffer-Pfosten erlebt habt, war nur ein Beispiel für die Vernichtung, die Höllschrei hinter sich zurücklässt. Als Kriegshäuptling der Horde hat Höllschrei Kalimdor zum Territorium der Horde erklärt. Alle, die sich der Horde widersetzen, werden vernichtet. Wir sind die letzte Verteidigungslinie von Kalimdor. Wenn wir fallen, fällt Kalimdor. Die Horde muss aufgehalten werden. Wir sind die Horde der Horde der Horde der Horde der Horde.